Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist er wieder, der Micha von Fitness Subcoach. Heute mal wieder mit Race Checker Brille auf der Nase und heute wird der zweite Teil der Bodensee Challenge gecheckt und zwar hier beim Kanu Sportverein Friedrichshafen. Wie immer bin ich natürlich wieder am Vorabend zum Rennen angereist und sehr erfreulicherweise gibt es einen sehr schönen, sehr großen Parkplatz direkt vor dem Gelände des Kanu Sportvereins Friedrichshafen. Und das allerbeste und ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das so geplant oder zufällig war. Ich gehe mal davon aus, der Veranstalter hat einfach mitgedacht, dass Menschen wie ich, die hier campen, es sind ja nicht wenige, morgens vielleicht mal irgendwie Zugang zu einer Toilette brauchen. Und von daher war das Gelände nicht abgeschlossen, sondern frei zugänglich. Schon mal sehr, sehr viele Pluspunkte. Jetzt schauen wir uns ja gleich mal das Gelände an. Im Vergleich zu Friedrichshafen, dass ja Zeppelinstadt ist, Universitätsstadt ist, Industriestadt ist und Touristadt ist, ist das pittoreske Kreuzlingen natürlich eher mal ein Dorf, auch bezüglich Stadtfläche und Einwohnerzahl. Auch völlig andere Bevölkerungsstruktur. Bin mal gespannt, ob sich das heute im Starterfeld dann auch zeigt. Und vor allem Anzahl der Starter und speziell die Anzahl der Stand-up-Paddler bei der Bodensee-Challenge 2. Teil Friedrichshafen 2023. Die Wahl des Subboards bei dem Wellengang, denke ich mal, ist heute definitiv das etwas breiterere. Das könnte heute schon entscheidend werden, was den Verlauf des Rennens angeht. Ob man mehr mit Balanceübungen beschäftigt ist oder wirklich auch einfach nur mal Gas geben kann. Das dritte Rennen der Bodensee-Challenge findet dann in Konstanz statt. Man munkelt, dass aber eventuell jetzt noch ein Rennen irgendwo auf der österreichischen Seite stattfindet, eventuell in Bregenz. Bin ja mal gespannt, ob sich das noch bewahrheitet. Dann werden nämlich alle drei Anrainer Staaten mal Ausrichter eines Rennens der Bodensee-Challenge. Sehr reizvoller Gedanke. Die Schweizer Seite ist auf jeden Fall schon mal im Sonnenschein. Dann wird es hier schon auch noch was werden. Da blinzelt es doch schon durch die Bäume. Bis vor vier Wochen standen hier auch noch zwei Bäume mehr auf dem Gelände. Einer ist dann leider auf dem Dach vom Vereinsheim gelandet und hat einen mordsmäßigen Schaden angerichtet. Zum Glück gab es keine Verletzten und der Verein hat natürlich gerade andere Sorgen und von daher umso lobenswerter, dass sie trotzdem die Veranstaltung hier jetzt durchziehen. Auf dem Dach lagen dann wahrscheinlich so zehn Tonnen Eiche. Das Gelände zeigt sich auf jeden Fall mal sehr kinderfreundlich. Natürlich auch hier und heute mein kategorischer Check. Auf jeden Fall alles tipptopp, was ja nach meiner Race-Checker-Philosophie und Theorie darauf schließen lässt, dass die Veranstaltung auch qualitativ gut strukturiert und hochwertig durchgeführt wird. Und zack, wie man unschwer erkennen kann, hat sich mein Dresscode innerhalb von zwei Stunden jetzt radikal verändert. Wir haben hochsemerliche Temperaturen. Die Sonne scheint wunderbar. Der Bodensee ist nahezu ruhig. Jetzt sollte das Rennen stattfinden. Das wäre ideal. Und das vielleicht auch der kleine Tipp an zukünftige Veranstaltungsverantwortliche. Den Zeitplan am Renntermin vielleicht doch eher den Gesetzmäßigkeiten des Bodensees anpassen. Denn ich schätze mal dann so gegen Mittag, 13, 14 Uhr, wann wir dann letztendlich beim Rennen unterwegs sein werden, sieht es hier mal komplett anders aus. Dann haben wir wieder dieses typische Bodenseebeben geschuldet, dem Schifffahrtsverkehr und dem Freizeitmotorbootverkehr, der hier kreuz und quer geht und dementsprechend Welle produziert. Und die werden von allen Seiten reflektiert. Zusätzlich dann eventuell noch Windwelle. Ja, das macht dann den Bodensee schon ganz, ganz eigenartig und speziell. Und wenn man diese Bebenwellen, die man gar nicht wirklich sieht, sondern nur spürt, dann wieder von hinten seitlich aufs Bord kriegt, und zwar kein Spaß nicht. Naja, wir werden sehen und freuen uns trotzdem aufs Rennen. Es ist noch verdammt ruhig hier, muss ich sagen. Es sind die paar wenigen Paddler da, die übernachtet haben, aber dass jetzt großartig noch Menschen einfallen und sich vorbereiten aufs Rennen und heiß sind, ist leider noch nicht so weit. Ich hoffe, dass das Starterfeld der Sub-Paddler diesmal etwas größer ist, wie beim ersten Rennen in Kreuzlingen. Ja gut, wir werden sehen. Und wie bestellt, da ist er. Der Zeppelin, der diese Stadt geprägt und gestaltet hat wie keine andere. Natürlich in einer Zeit, die wir so hoffentlich nie wieder kriegen, aber bis heute. Friedrichshafen wäre ohne den Herrn Zeppelin. Ein Fischerdorf. Wetter wird auch immer besser. Also alles erwacht zum Leben, auch die Garage mit den Drachenbooten. Kurzfristig habe ich wirklich schon gedacht, habe ich es nicht mitgekriegt, dass das Rennen eventuell abgesichert wurde, aber nein, hier bahnt sich etwas an. Ich weiß nicht wirklich, was es ist, aber es schaut so aus wie das Rahmenprogramm für das Kidsrennen, das es da auf jeden Fall geben wird. Vielleicht muss man sich als Senior da auch nochmal behaupten. Wäre auf jeden Fall lustig. Jetzt sind wir mal gespannt. Bitte weiter in den Lagen. Die Entleitung baut auch auf. Auch schon. Ähm, wie sie. Die Orientierung ist auch klar. Outrigger, Surfski, Saps, Hardboard, I-Saps. Alles da. Da wird nochmal gefachsimpelt, von wo der Wind kommen könnte. Windfinder nochmal gecheckt. Wie sich das wohl nachher allvergeben wird. So schön flach wie jetzt, befürchte ich, präsentiert sich der Bodensee. Gegen 15 Uhr, wo wir dann letztendlich am Start sind. Vermutlich leider nicht mehr. Und wenn man so die Pokale hier anschaut, scheint dieser Verein nicht ganz hartlos zu sein. So, die Funktionäre hier, bitte recht freundlich. Auf der Film und könnte mir vielleicht schon verraten, wie viele Sub-Starter dabei sein werden. Noch gestaltet sich die Strecke hier etwas kryptisch, aber vermutlich kriegen wir da noch ein paar Tage. Zugesackt und dann dürfte das im Großen und Ganzen auch klar sein. Und wie es dann halt gerade mal so am Bodensee passiert. Vorher noch hochsommerliches Wetter und zack, haben wir hier kühlen Windgewitter. Aber es regnet und regnet und regnet und regnet und der Stadt verzögert sich und verzögert sich und wird immer fraglicher. Naja, bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Und jetzt sind wir im Rennen-Modus und GoPro-Modus. Das Wetter, es regnet zwar nicht mehr, aber es geht so ein geschissener Wind und der kommt direkt von der Seite. Also das wird sicherlich kein Spaß nicht. Ich bin ja mal gespannt. Na, gucken, vielleicht entscheide ich kurzfristig unterwegs. Aber ich starte der langen Distanz doch nur die kurze Fahr. Jetzt schauen wir mal, wie es so läuft. Und heute gibt es bestimmt ein Schwimmfest. Das ist, glaube ich, nochmal ziemlich sicher. Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich. Ich habe in der Karriere noch nie ein Rennen abgebrochen. Noch nie. Aber ich habe mir immer wieder mal überlegt, auf welchem Gemässer das wohl sein wird. Und mir war eigentlich schon immer klar, wenn, dann wird das mal ein Rennen am Bodensee sein. Ja, und heute war der Tag, der macht mich jedes Mal wieder fertig und heute hat er wirklich absolut gesiegt. Ich habe so meinen eigenen Ehrenkodex, wenn ich innerhalb von 5 Minuten mehr als 5 mal ins Wasser falle, dann hat es keinen Wert. Dann lasse ich es einfach sein, bevor ich dann ein Stück lang, oder womöglich im Knien paddel, oder was auch immer. Aber es hat nicht sollen sein, auch mal eine neue Erfahrung, so ist es halt. Der Bodensee war mal wieder stärker, wie auch immer, Respekt an alle, die es jetzt durchziehen. Aber da war ich heute mental einfach nicht gut genug drauf. Nee, kein Bock mehr. So, umso besser. Jetzt habe ich die Duschen für mich alleine und kann dann in aller Ruhe nachher den Zieleinlauf der wackeren Recken, die es da durchgezogen haben, in aller Ruhe auf Film bannen. Ja, also der Welle heute, direkt von der Seite, brutal, echt brutal. Und nochmal absoluten Respekt an alle, die sich trotzdem durchziehen. Da habe ich heute nicht die mentale Stärke gehabt, das war mir heute einfach zu doof. Cersei-Fahrer sind schon einige da. Stand-up-Upper sind weit und weit noch zu sehen. Da bin ich mal gespannt. Aber ich habe jetzt doch auch schon viele eher frustrierte Gesichter gesehen. So was wäre heute das Gefährt der ersten Wahl gewesen. Da kippt man nicht mehr um, jedenfalls nicht so leicht. Und tatsächlich sehe ich jetzt da hinten den ersten Nice-Sapper. Äh, oder Supper. Nach einem kleinen, jungen Menschlein aus. Tapfer, tapfer. Respekt. Ja, das ist ein Nachwuchs-Paddler. Saugut. Voller Respekt. Der hat es durchgezogen. Vermute ich natürlich die kurze Strecke. Aber der steht echt souverän drauf. Also der hat überhaupt kein Problem mit der Querwelle, so wie es ausschaut. Sehr gut. Da kommt er wieder ins Bild. Ah, aus dem kann man noch ein ganz großer werden. Und zack. Über der Ziellinie. Jawohl. Saugut. Respekt. Tatsächlich haben diese kleinen, jungen Menschlein da wirklich einen Vorteil gegenüber Erwachsenen. Die sind einfach leichter und haben einen deutlich niedrigeren Körperschwerpunkt. Die kommen mit diesen herausfordernden Bedingungen her definitiv besser klar, als jeder Erwachsene. Und trotzdem absoluter Respekt. Also das ist halt wirklich nicht einfach. Und das dann auch mental durchzuziehen. Absoluter Respekt. Das werden mal ganz große. Jawohl, die letzten paar Meter gibt er noch mal richtig Gas. Ja, super. Und gleich hat er es geschafft. Gleich später an der Ziehboje vorbei. Sehr stark. Chapeau, Applaus, prima. Und der erste Erwachsene ist auch da. Ich denke, der hat dann unterwegs auch sich entschlossen, dann doch eher mal die Kurzstrecke zu fahren. Und da kommt der erste Langstrecken-Paddler. Was ich so erkennen kann, dürfte bis der Jan Münch sein. Respekt. Hat es durchgezogen. Und steht da total souverän drauf. Also, Chapeau. Hochzehn. Da gibt es noch richtig Gas auf den Schluss. Erster Hardboater. Ui. Schade, schade. Aber auch ein Trost. Also, wie gesagt, auch die besten, wenn die heute reinfallen. Das hat absolut nichts zu sagen. Das sind heute echt gnadenlose Bedingungen. Wind direkt von der Seite. Dadurch Welle direkt von der Seite. Das ist wirklich ein Kampf. Und kein Genuss. Und da haben wir jetzt die erste Frau. Auch noch kurz vor Ende. Und ein Knee-Down-Paddler. Außer Konkurrenz quasi. Die erste Frau, die dann auch noch ein paar Meter hat. Noch ins Ziel. Auch Langstrecke. Denke ich mal. Bin mir nicht ganz sicher. Respekt. Doch. Da muss Langstrecke sein. Na ja, hoffentlich merkt es jetzt noch. Sie muss noch zwischen den Bojen durch. Ja, an der Bojen vorbei. An der roten Bojen vorbei. Genau. Weihnacht. Weihnacht. Wer ist denn noch vorbei? So, jetzt. Letzte paar Meter. Komm. Zieh durch. Jawohl. Yes. Sehr gut. Geschafft. Und der Arndt hat auch durchgezogen. Sauber. Respekt. Jetzt bin ich so krass noch dreimal oder viermal abgestiegen. Da kommt der nächste tapfere Recke. Der Thomas. Ja, dem ist sein Training für die Sylt-Umrundung, die er dann leider doch absagen musste, auf jeden Fall zugute gekommen. Respekt. Den Abgang hat er sich verdient. Das ist okay. Also heute, das ist wirklich gnadenlos. Und ich denke mal, das gibt nicht einen Stand-Up-Paddler, der heute nicht einen Abgang gemacht hat. Ganz da draußen dürfte der Alex sein. Der fehlt noch. Ja, kämpft auch noch. Sauber, Thomas. Respekt. Und da haben wir den Alex. Hat auch durchgezogen. Sauber. Respekt. Auch hier der verdiente Sprung. Ins kühle Nass. Sauber. Chapeau. So, und schon ist die Bodensee-Challenge Teil 2 Friedrichshafen 2023 wieder Geschichte. Das Rennen ist jetzt schon legendär. Einfach aufgrund der widrigen Bedingungen, die hier wirklich alles gefordert haben. Selten so viele Leute gesehen, die abgebrochen haben. Und selten so viele ausgemerkelte Gesichter im Ziel, die wirklich alles gegeben haben und alles geben mussten, um hier irgendwie durchzuziehen. Und keiner, keiner auch von den richtig guten Stand-Up-Paddlern ist heute die Strecke durchgefahren, ohne mehrmals ins Wasser zu fallen. Es ist wirklich gnadenlos heute. Windwelle, Bodensee. Bodensee-Bedingungen, Bodensee-Challenge. Diesmal auch eine Erfahrung. Mein erstes Rennen, das ich abgebrochen habe. Na ja, schauen wir mal, dass es beim nächsten Mal besser wird. Jetzt geht es noch zur Siegerehrung und dann zum gemütlichen Tais. Grillfeuer brennt schon. So weit, so gut. Das war es wieder von Fitness-Subcoach und Race-Check. Bis zum nächsten Mal.